Ja, das sind die Resource Seeds. Hallo meine Freunde, meine Gehts in MeduyaCraft. Genau, in MeduyaCraft. Und wir wollen ja in diese Höhle. Ich sorg' mal für einen platschigen Abgang. Juhu. Da ist Eisen an der Seite. Oh ja, schön. Ähm, ist da irgendwo sauber nach unten? Ja, hier am Wasser, das hab' ich grad runtergebuddelt. Ach so, äh, toll. Er macht's nicht einfach. Ne, klar. Wieso nicht? So. Haben wir überhaupt Spickzacken und sowas mit? Was sind denn das da oben? Äh, ich hab' zwei dabei. So, okay. Aber ich mach' hier drinnen bei den Schädern aus, sonst sieht man nix mehr. Also Fackeln hab' ich keine. Ja, ich hab' 21 noch. Ach doch, ich hab'n Stack, ich hab'n Stack Fackeln. Äh, ich hab'n ganzen Null-Stack. Gut, oder? Ey. Aber ich hab' Sticks. Yay, Sticks. Du hast es geschafft, Methos. Holz haben wir auch. Also wir werden auf jeden Fall nicht an Werkzeug scheitern. Hm. So, jetzt müssen wir nur noch... Aber Methos, was sind denn das hier oben für Teile? Lass uns doch mal... Oh, Methos! Damit kann man sich die Power-Resistenz und Rüstung machen. Diese Lava-Rüstung. Harvest Level 3. Geil. Ja, aber was ich erstmal brauchen könnte, wäre Fackeln. Dafür braucht man, glaub' ich, ne Dia. Spitzhacke. Hat jemand eine... Hat jemand eine, bitte? Nein, wir... Also ich hab' bisher noch keine Dia's hier drinnen gefunden. Hilfe. Obwohl der Torb ist Level 3. Äh, mach' ne ganz blöde Frage. Kann es sein, Holz ist Stufe 1, Stein Stufe 2 und Eisen Stufe 3? Also ich hab's gerade versucht mit Eisen und da ging nix. Okay. Also brauchen wir die. Wir sind immer noch die Zeit. Haha. Warte mal, hier ist, äh... Uranium. Abbau Level 2. Wird aber auch rot angezeigt. Ah! Hm. Ich kämpfe gerade mit der Lava. Pass auf, da ist noch ein Zombie. Den hat er jetzt runtergefallen. Okay, ähm... Ach, Methos? Methos? Ja? Es gibt hier auch die Schmelzerei aus Magic Farm. Ja, da können wir die Schien nehmen und auf dem Eisen draus machen. Äh, okay. Das, das ist gut. Aber, was ich immer noch brauche, sind Fackeln, Jammer. Ja, äh... Ist hier irgendwo Kohle? Da ist Kohle. Ich habe einen Stackfüllen. Ja, das reicht aber nicht. Wir werden mehr brauchen. Hier gibt's Fackelkohle. Hä? Bis wir den Stack verbraucht sind wir... Das ist aber, äh... Schwarzes Quarz-Erz. Ne, das brauche ich nicht. Ich brauche Kohle. Wo sind jetzt meine Fackeln? Au. Ach da. Ich meine, könnt ihr zwar auch Kohle daraus machen? Was? Greissamen... Das brauche ich nicht. Gib mir doch mal bitte ein paar Fackeln. Wofür denn? Wir rennen doch jetzt zusammen. Ich brauche ich nicht. Ja, 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 ja. Das kennen wir. Dann war er wieder weg. Ja. Jetzt nehmen sie es dir aber auch. Black-Quarz-Ohr. Okay. Vor allem kann ich dann so eine Fackel in die Hand nehmen. Moment, äh... Schau mal schnell hier rauf. Nee, ich habe jetzt den Shader eh nicht gemacht. Bin ich blöd? Nee, du hast die Fackeln wieder eingesammelt. Nein. Dann die Fackeln. Leih... Ich bin blind. Ich hatte Fackeln. ganz wenig nur. Sinn. Ah, Kohle, Kohle, Kohle. Hier, das nehmen wir gleich mit. Jetzt können wir noch ein paar Fackeln machen. Ich nehme etwas Eisen mit. Quatsch, ja, halt doch Eisen. Einfach mal alles mitnehmen, was hier in den Seiten ist. Ich kann nicht kämpfen in der Version. Wegen dem Cooldown? So, warte mal, das machen wir da rein. Obwohl ich habe irgendein Werkzeug, das hat kein Cooler. Dann haben wir Dauerbeleuchtung sozusagen. Okay. Okay. Warte mal, das macht... Nee, Diorit. Brauchen wir Diorit? Äh, einfach mal mitnehmen, wieso nicht? Schon ernst. Sollten wir uns nicht etwas zusammenhalten, weil sonst geht's nie wieder. Ja, wir sind doch zusammen. So, okay. Gut. Dann, äh, vielleicht finden wir hier noch irgendwo eine Truhe oder so? Wäre ganz schön. Mal schauen, ob die geändert sind. Äh, wie geändert? Naja, dass da irgendwas an Mod-Gegenständen oder sowas noch mit drin ist. Ja, klar. Den schicke ich mal zu euch, den Zombie. Noch mehr Kupfer. Den denkste. Er kommt zu mir. Er kommt direkt zu mir, ist klar. Ja, natürlich. Ja, na klar. Warte mal. Wurde es in Graudogal holen? Da die Mine schon zu Ende? Nee, oder? Mitterls, die Mine ist vielleicht dort hinten zu Ende. Da findet dieser eine Zweig. Aus dem ist da hinten noch eine Kreuzung. Und hier sind auch noch viele Kreuzungen. Ja, lass uns doch mal die Mine untersuchen. Richtig. Ja, da bin ich doch dabei. Ich fahre mir erstmal Kohle. Hier bin Zombie zu Duffy. Aber jetzt fahr doch zu mir. Kann ich mal einer retten? Wo bist du denn überhaupt? Bei Zombie. Wo ist Zombie? So, okay. Da ist schon wieder zu Ende, oder? Hat er es geschafft? Okay. Oh, gleich ist meine Spitzhacke kaputt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kann mir dann eine neue geben? Kann mir dann jemanden eine neue geben, bitte? Was eine neue geben? Witzhacke, wenn die kaputt ist. Jetzt bräuchte ich nämlich eine. Äh, Moment. Ich hab nur eine. Warte mal. Äh, Kupfer. Brauchen wir Kupfer? Äh. Kann ich schaden, ne? Ja, und ich hab das, äh, Diorit da vorhin dagelassen. Warte mal, Eisenerz. Das ist gut. Ja, wollte ich gerade holen. Ähm, Yammer? Nee. Also keine Spitzhacke. Nee, nee. Nee, hat er nicht. Nein, ob du eine brauchst. Achso, ja. Ja, die brauchst du. Ja, kommst du. Hab ich eine Werkbank? Ja, ich hab doch die, äh, eine handliche Werkbank irgendwo. Ja, natürlich. Ja, da. Platsch, kommt hier. Dass man unterwegs craften kann. So, äh. Da oben ist noch Eisenerz. Hier ins Wasser. Moment. Jetzt was. Ich hol hier noch Schneeisen. Hier brauchen wir nicht. Ja, hier ist nichts. Da ist nichts. Okay. Hier oben gehen die Stücke. Dass wir gegebenenfalls noch Wackeln machen können. Hier oben gehen die Stücke, aber auch wieder weiter. Wäre einer so freundlich? Bitte was? Lief das Wasser abklemmen. Äh. Warte mal, da wollte ich erstmal einen Block haben. Moment. Die. Das war jetzt ein bisschen blöd hier. Äh. Dazu machen. Dazu machen. Dazu machen. Dazu machen. Jetzt ist abgeklemmt. Das ist ein kleiner Creepy. Das ist ein kleiner Creepy. Äh. Äh. Nein. Doch. Ich bin ein Stockwerk über euch. Hier gehts weiter. Ach jetzt. Können wir dich mal bitte um den hier? Hab dich drum gekümmert. Ja, so kann man es auch sagen. Ich glaube ich hab dich getroffen anstatt den Creepy. Das ist alles nur eine Definitionsfrage. So. Ja mal, wo bist du denn? Hier oben beim Wasser. Ich klemm das gerade ab. Versuchen. Was? Wo denn oben? Wie cool hier einfach ist. Na ein Stockwerk über euch. Über uns? Bist du oben? Mädels guck nach oben. Warte mal kurz. Hinter dir. Oben. Hinter mir. Oben. Ach da. Lichtpark. Warte mal, da machen wir uns hier mal hoch. Das ist ein Feature. Lichtfeature. Okay. Okay. Hat sie kurz mal geleckt. Oh, hier gehts noch. Oh, eine Truhe. Eine Truhe. Ja. Ernsthaft. Mit Gold und einem Withers Sprout. Sortieren wir das mal. Nehmen wir alles mit. Die Schienen nimmst du mal, weil du hast ja schon welche, dann steckt sich das bei dir. Ich bin die. Ach da bist du. Hallo. 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 Mithaus mir einfach mal zuschaut. Walter. Oh. Hier hat's gerade geleckt. Nein. Hier ist nix. Hier ist nix. Da ist noch Eisen im Boden. Ja, ja. Und Kohle ohne Ende. Mithaus brauchst du Kohle? Äh, ich hab schon Kohle unterwegs gesammelt. Okay. Also für Fackern sollte es auf jeden Fall reichen. Also. Na, ich hab auch noch 17 Minuten. Können wir bitte Diamant-Erz finden? Ich hätt gern so ne Feuerresistenz, äh, Rüstung. Ja, dafür sind wir auf die, äh, falschen Höhe. Hier ist übrigens auch noch eine der besten von allen. Ja, okay. Aber dafür sind wir trotzdem auf der falschen Höhe. Ja, lass uns mal hier gucken. Lass uns mal hier gucken. Hier ist übrigens massiv Kohle, wenn einer Kohle möchte. Hm. Da waren wir gerade drinnen. So, hier ist nix. Äh. Ja. Wolltest du nicht Kohle mit was? Hier. Hier geht's noch weiter. Äh, ich hab noch Kohle gesammelt. Wir haben aber noch mehr hier drinnen, also. Also wir müssen auf jeden Fall nach unten, wenn wir Dias wollen. Ja, warte mal. Ich will erst mal gucken. Ja, ich will erst mal schienen. Das ist auf dem Eisen. Hier wächst Gas, Leute. Ja, es wachsen sogar manchmal unter durch Blumen. Ernsthaft? Ja, doch. Das hatte ich ja schon mal irgendwo gesehen. Also hier geht's nicht weiter. Da hinten. Sind wir davon gewesen? Äh, kommen wir da nicht her? Das kann ich mir nicht sagen. Gucken wir uns einfach an. Ja, als falsch sein können wir nicht. Ich denke fast, dass wir da herkommen. Äh, ich glaube auch. Aber die machen wir Licht. Aber wir waren noch nicht in dem Stock da oben. Ah. Ja, mal. Hör auf mich umzuschieben. Was ist denn dich? Blei. Led. Ah. 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 Danke. Okay. Wie sich hier jeder hin und her schiebt. Gut. Okay. Essen. Ja, ich glaube wir kommen hierher. Ja. So aus, ne? Vielleicht sollten wir jemand nach unten gehen. Okay. Ja. Ah, natürlich, wenn wir die jetzt wollen. Ich baue mich hier runter. Lass, du kannst ja ins Wasser springen. Ja, aber das Wasser ist so nass. Ähm. Hinten, du wirst ein Zombie. Danke fürs Weg bauen. Schau. 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 Nicht mich auch. Nicht. Oh, schade. Nein. Dann mache ich es die ganze Zeit falsch. Ich bin jetzt die Sonne. Jetzt nicht mehr. So. Das hast du vorhin schon mal gebracht. Hä? Die Sonne blenden? Nein. Äh. Dass er mich gehauen hat. Ich glaube wir müssen noch ein Stück tiefer und warum sind hier Tintenfische? Ja. Oh, wir sollten vielleicht mal schlafen. Äh, okay. Schlafen? Okay. Warte, warte, warte. Oh, bei denen. Aber was bringt das in einer Höhle? Na, es ist draußen Tag. Es kommt von draußen nichts rein. Schau. Was kommt von draußen rein? Oh, es wird hell. Yay. So, okay. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen tiefer, oder? Mhm. Bisschen tiefer, ja. Also runter buddeln, oder? Für Diamanten müssen wir, glaube ich, noch ein Stück tiefer. Ja, 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 direkt runter. Warte mal. Ich, äh, mach mal hier das Wasser hier. Ähm, stopp das mal. Ah, da geht es sogar noch in eine kleine Höhle. So. Wenn du wirklich... Ach, da unten geht es weiter. Ah, eine kleine Höhle. Kommst du, Meters? Moment, Moment, Moment. Ich nur mal hier. Dann verlierst du uns nur. Ich will, ich... Ich will das Wasser mal stoppen. Hier ist auf dem Eisen, was du vorbei rennst, ne? Ja, ich schau ja gerade... Und hier ist Redstone. Meters, du kommst und ich baue das Redstone über der Lava ab. Äh. Ich komm... Warte, 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 warte. So. Ähm, da unten seid ihr. Nee, ich wollte hier das Wasser so ein bisschen ausbauen. Viel gebracht hat es nicht. Ähm. Da seid ihr irgendwo. Mhm. Oh, warte mal, hier ist noch Eisen, das nehmen wir noch mit. Ja. Leute, ich glaube, ich muss weg. Oh, das ist aber schlecht. Ja. Das ist ein ungünstiger Moment. Ja. Komm, zwei Minuten, komm, Jammer. Nein, nein, geht nicht. Tut mir leid. Ich will mir noch viel Spaß und viel Spaß dann wieder heimfinden. Äh. Tschüss. Heim finden wir das nächste Mal mit Yama zusammen. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Ihr habt es gehört, liebe Zuschauer, Yama muss leider weg, weil man hat es an der Tür geklopft und ihr das nehme ich auch noch mit. Tschau. So. Ja, ich weiß, das ist voll professionell. War jetzt so wichtig, ist denn los? Aber das ist, äh, bei Yama ist das nochmal so, YouTube ist da nicht so wichtig. Also, Yama, selbst Yama, aber meine Eltern nicht. Da spielt das keine Rolle. Bist denn du da eigentlich? Blei. Ich hab gedacht, hier ist jetzt Dias und sonst was, aber nö. Einfach nur nö. Äh, wir sind aber theoretisch auf der richtigen Höhe jetzt. Ja schon, aber trotzdem nö. Das Redstone. Hast du ne Eisenspitzhacke? Ne, ne, dann müssen wir den Ofen erst machen. Ich hab ne Eisenspitzhacke, nur ich würde damit schnell gerne Dias finden und mir ne Dias Spitzhacke machen. Ja, und warum lässt du das Redstone hier das Redstone? Weil meine Eisenspitzhacke sowas von im Eimer ist. Moment, ich mach erstmal nen Ofen. Ähm. Moment. Irgendwie will meine Maus gerade nicht reagieren. Äh, das ist schlecht. So. Aber dann kann ich, während du schnell schaust, bei deinem Zeug mal schauen, ob wir jetzt äh, diese Crops herstellen können. Müsste eigentlich alles dafür dabei haben. Wasereimer. Machen wir hier so. Sproutformer. Das ist auf jeden Fall von dem. Wo hab ich das Eisen? Dann Seeds. Dann einen Apfel. Und noch Mehl. Ja, das sind die Ressource Seeds. Mythos. Mythos, schau mal, was ich gemacht hab. Ich weiß es nicht. Deswegen sollst du ja schauen. Ja, jetzt warte doch mal. Ich will hier noch ein bisschen Kohle abziehen. Damit ich das noch... Kannst du bald anpflanzen, Mythos. Ja. Schön. Aber wir haben das schon getestet und so schnell wächst das auch nicht. Ja, aber trotzdem, hier guckst du. Warte doch mal. Oh. Kleinen Moment noch. Dann schmeiß ich sie in die Lava. So, was denn? Ja. Wie hast denn das gemacht? Gecrafted. Wie hast du das gecrafted? Erklär es mir. Oben links nen Wassereimer. Dann nichts. Warte, 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 warte. Warte, warte. Ich mach mal... Also. Oben links... Ach, Wassereimer. Warte, dann muss ich erstmal Wassereimer haben. Brauchst du noch ein paar andere Sachen? So. Also Eimer... Könnte ich machen. Braucht man da noch? Dann rechts daneben Knochenmehl. Knochenmehl. Ja. Knochenmehl hab ich. Dann unter dem Knochenmehl einen Apfel. Äh... Apfel hab ich nicht. Und links neben dem Apfel sieht's. Okay. Theoretisch, äh, hat sich unsere Reise schon gelohnt. Denn Duffy hat, äh, es irgendwie hingekriegt das endlich zu machen. Das heißt irgendwie? Das hab ich auf der Reise schon gesagt. Das haben Zuschauer geschrieben in Kommentare. So, jetzt, äh, lass mich erstmal hier in Ruhe croften. Ähm... Und zwar... Nein Leute, das ist nicht mein Inventar, wo drin ich das crofte. Das habt ihr ja auch ein paar mal geschrieben. Das ist hier. Das hier. Eine mobile Werkbank. Damit kann ich Sachen so croften. Ach. Ich hab nix mehr. Deswegen. So. Eine Eisenspitzhacke schon mal machen. Dass ich hier das, äh, das Redstone da abbauen kann. Wieso war mir das klar? Aber das kann ich unmöglich hier lassen. So. Dann mach mal hier... Das geht natürlich nicht. Mach mal hier uns das mal ein bisschen sicherer. Dass ich hier noch abstürze. Was? Du bist abstürzt? Deine Dias. Wer will denn Dias? Ich? Ach was? Ich glaub ja, mir wird's auch ziemlich gefallen, wenn wir welche finden. Da ist noch ein bisschen Eisen. Yeah! Ich hab Redstone! Juhu! So. Wundervoll! Ich hab wundervolles Redstone! Ich bin im Redstone-Fieber! Yeah! Alles wird wieder gut, Methos. Das ist auch noch mal Redstone. Ich baue es mit der Steinspitzhacke ab. Nein, 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 nein! Mach dich weg da! Mach dich weg da! Aua! Geht's ja wohl zu gut. Oh. Das ist ein Redstone-verrückter. Eins. Ja hör mal, ich hab noch nicht viel Redstone. Da ist noch Eisen. Ja, ich weiß nicht. Du sammelst immer irgendwie überall Redstone, aber baust da nix draus. Doch, hab ich doch schon ein paar Mal. Ähm. Ja, das Eisen, das wird langsamer hier. Vorsicht hin. Schaut's denn eigentlich... Ach, mit der Rüstung schaut's richtig gut aus. Warte mal, ich hab's gar nicht geguckt. Warte mal, ich hab's gar nicht geguckt. Ist genug Kohle drin? Ne, ist natürlich nicht. Gibt ihr hier Kohle ohne Ende? Ja, ja, ich hab' gerade noch mal was abgefarmt. So, äh... Was bist du? Du bist Blei. Warte mal, Reißsaat? Reiß. Nein. Kein Blei. Äh... Dias, ich will Dias, kein Blei. Kaffeesaat. Weiß nicht, hatten wir schon Kaffee? Bestimmt. Kaffeebohnen brauchen wir nicht mitnehmen. Wir brauchen ja nur die Saat. Mhm. Ich hab' mal alles Unwichtige aus meinem Inventar rausgeschmissen. Bin grad dabei, so'n bisschen aussortieren. Diorit brauchen wir Diorit nicht unbedingt, oder? Ne, wenn wir's brauchen, haben wir's unterm Haus bestimmt auch. So, äh... Bist du? Ja, was will ich Beef Jerky machen? Das will ich nicht wegschmeißen. Leder nehmen wir mit, behalten wir. Redstone behalten wir. Mythos. Ich bin grad dabei am aussortieren, jetzt lass mich doch mal. Okay, dann baue ich das Redstone hier wieder zu. Warte, ich komm! Du wirst es niemals finden. Es ist so gut getarnt. Ach man. Ich rieche, ich rieche, ich rieche voll Redstone hier. Vor allem ich rieche. Und nicht ich rieche, ne? Mythos. Hä? Hä? So, oh, da ist noch mehr. Mann! Wieso muss ich den Mist hier immer finden, aber keine Dias? Was? Meins. Mythos? Hä? Was? Wo? Ja! Ich hab's gehochen. Ja, ja. Ja, und ich rieche hier noch mehr Redstone. Hier ist überall Redstone, weißt du? Mhm. Nur keine Dias. Jaaa, aber Redstone. Jaaa, ich will Dias. Redstone sind... Erstmal die Spitzhacke hier kaputt. Und dann hol ich noch mein Eisen noch. Ein bisschen Redstone ist ja nicht schlecht, aber... Warte mal, wo war das nochmal? Guck mal. Der war falsch. Da, ne. Bist du? Blei! Blödes Blei! So. Gehen wir jetzt mal raus. Dann, äh... Spitzhacke ist bei dem Eimer. Äh, ich hatte doch mal ne Schaufel. Achte. Äh... Genau. Dann nochmal Holz, aber ne... Eisenspitzhacke, würde ich sagen. Mhm. So. Ich klapp mich grad mit Stein hier durch überall. Darbis Eisen, so. Was ist denn das der Eiche? Den lassen wir hier. Gut, ähm... Ja, ich hab nur Schwarz Eiche mitgenommen. Weil ich das irgendwie ein richtig schönes Holz finde. Gut. Du buddelst immer nur so ein kurzes Stück, dass du keine Dias findest, ist kein Wunder. Ja, aber dafür Redstone ohne Ende. Ja, dann nimm's mit. Das ist bloß nicht hier. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Mhm. Mythos. Was? Ich sage, bis zum nächsten Mal. Oh dear. Wo? Ich hab Redstone, tauschen wir. Irgendwo in der Wand. Wenn ich noch wüsste, wo du bist. Ich hab überhaupt kein Dias. Ach, da. Hahaha. Spley. Ich hab Redstone gefunden. Ich hab überhaupt kein Dias. Ja, gut. Das sagen wir mal beim nächsten Mal. Oh. Bis dahin. Oh dear. Es ist kein Dias. Haha. Bis zum nächsten Mal. Wieso sagst du mir dann sowas? Uuuuund. Tschüss. Tschüss. Das, das. Tschüss.